Frage, wie gut ist das Haarstyling-Produkt? Matte Separation von der Marke TG aus der Linie Bad Hat. Die Verpackung, eigentlich cool gemacht in dieser Alu-Optik und in diesem Tiegel, aber von der Ausführung relativ billig. Hier und da hat das Produkt auch schon einige Dellen, auch wenn es niegelnagelneu zu Hause ankommt. Der Gerust-Check. Frisch, männlich, dezent, okay. Die Inhaltsstoffe, leider nur 50-50, 50% gut, die anderen 50% leider nicht. Der Claim des Produktes, ein formbares Wachs mit matter Definition, Haltefaktor 5 von 5 sowie Textur 5 von 5. Ob das wirklich stimmt? Meine Vorherfrisur ungestylt. Definition könnte ich tatsächlich in meinen Haaren gebrauchen. Haare etwas anfeuchten. 1, 2 Drops Arganöl. Leicht anföhnen. Dazu eine Rundböße. Die Konsistenz des Produktes ist eher cremig wie eine Paste und weniger hart wie ein Wachs. Das Auftragen in die Hände funktioniert easy und das Workable Wax lässt sich sehr gut in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Feiner kam dazu. Das Styling ging für mich easy von der Hand, allerdings härtet das Produkt relativ schnell ein. Der Vorher-Nachher-Vergleich. Ein bisschen die Definition schadet den Haaren wohl tatsächlich nicht. Zum Halt eine 5 von 5 ist das sicherlich nicht, sondern wir haben hier eher einen guten mittleren Halt. Kommen wir zum Finish. Ja, mattes Finish stimmt und wir haben auch Textur in meine Haare reinbekommen. Das definitiv. Kommen wir zur Auswaschbarkeit des Produktes. Das Produkt lässt sich gut aus den Haaren heraus waschen, auch nur mit Wasser. Wenn man dann wirklich alles rückstandslos aus den Haaren heraus haben möchte, benötigt man dann schon ein wenig Shampoo. Der Preis. Ihr bekommt dieses Produkt, die Matte Separation von der Linie Bad Hat, das Workable Wax, für 13 Euro. Und dafür bekommt ihr 85 Gramm. Das Produkt ist für kurze bis mittellange Haare gleichermaßen geeignet. Aufgrund der Inhaltsstoffe würde ich die Matte Separation jetzt nicht unbedingt empfehlen. Wenn du das allerdings außer Acht lässt, kannst du mit dem Styling als auch mit dem Finish total zufrieden sein bei einem mittleren Halt. Und man kann seine Haare anschließend auch noch gut nachstylen. Deshalb auch der Name Workable Wax. Totale Punktzahl. Das Workable Wax Matte Separation der Marke TG aus der Linie Bad Hat bekommt 34 von 50 möglichen Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Haare-Style. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Haare.